Die fünf erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte des Hamburger Sportvereins. Platz 5 Thomas von Hesen erzielte 125 Tore für Hamburg. Platz 4 Horst Rubesch erzielte 132 Tore. Platz 3 Klaus Stürmer 136 Tore für Hamburg. Platz 2 Gerd Dörfel erzielte 142 Tore für den HSV. Und Platz 1 Uwe Seeler ist mit 496 Toren der Rekordtorschütze des Hamburger Sportvereins.